Vielleicht noch eine kleine Sache, die das noch ein bisschen deutlicher macht. Ein Patient von mir ist Produzent in Hollywood. Er kriegte vor zwei Jahren einen Auftrag von Disney. Um alle alten Disney-Movies zu überarbeiten, um in den Himmel diese Streifen einzubauen. Also wenn dann die Leute einen Disney-Film schauen heute, heutzutage. Und sagen, du sagst, Klingert, dass diese Streifenbildung erst in den letzten Jahren so schlimm geworden ist. Und dann, for example, people say today, well, Klingert, you're talking about these stripes being formed on the sky today, only as of late. Dann sagen sie, hier ist ein Film von 1954, guck dir den Himmel an, er hat die gleichen Streifen drin. Look at this movie here from 1954, there are the same stripes at the sky. Die Streifen sind ein natürliches Phänomen. Mein Patient hatte für 60 Millionen Dollar bekommen. Mein Patient hat an dem Patienten 700 Dollar verdient. Ich habe an dem Patienten 700 Dollar verdient. ... Nach12HE ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020